Einen wunderschönen guten Abend. Ich würde gerne, also, darf ich, darf ich jemanden grüßen, Frau Beck? Da? Hallo, Mama? Da guckst du was. Wir zwei hier. Ich weiß nicht, hast du gesehen? Tatsächlich Puff Puff. Hast du mir nicht geglaubt. Hab ich ihr erzählt. Dürf ein Lied bei Puff Puff spielen. Dann hat sie nur gelacht. Ausgelacht hat sie mich. Und irgendwas von einem schwulen Drachen erzählt. Es sind mal wieder Wahlen und ich wähle FDP. Und dann sind wieder Wahlen und ich wähle SPD. Und dann sind wieder Wahlen und ich wähle CDU. Was willst du? Ich liebe Van der Leyen und ich lieb Andrea Nahles. Ich werd mich kaum entscheiden können, wenn endlich wieder Wahl ist. Ich liebe Wolfgang Schäuble und ich liebe Roland Koch. Nee. Doch, ich find die eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Ich lese gern den Playboy und die Pornos von der Tanke. Danke, Katzenberger, Kahn und J.B. Kerner. Danke, Anke. Ich liebe Horoskope und ich lese die Hör zu. Was liest du? Morgens mag ich Eurosport und nachts dann DSF. Ich mag FFN und ARD und ZDF. Ich liebe RTL seit 1 pro 7 QVC. Ich komme mir recht schlau vor, wenn ich Arte seh. Ich find die eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Mein Vater ist seit ein paar Jahren in Rente. Er sitzt den ganzen Tag auf dem WC. Die Seite runter füttert seine Ente. Und stellt sich vor, er sässe an nem See. Charlotte führt sich einen Avocadostein zur Primetime in den glatt rasierten Anus ein. Neue Nachrichten vom Grimme-Komitee. Palli, Galli, Bunga, Bunga und Rolais. Ich mag Beckenbauer und Bohlen und Bäcker und Mario Barth geht mir nicht auf den Wecker. Ich liebe die Bilt und ich liebe die Bams. Es gibt einfach Dinge, die hams. Ich mag all die Klum und wie heißt dieser Geiger, Till Schweiger, mir geht einfach nichts auf den Zeiger. Die Zeugen Jehovas und die GEZ. Ich find die alle ganz nett. Ich find die eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Ich find die eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Ich schenkte meiner Mama mal ein Kochbuch. Doch meine Mama sagte einfach nee. Ich koche frei nach Schnauze, wenn ich doch such. Dann suche ich lieber im BTMG. Jetzt kommen wir zu euch. Ach Mann, ich hab euch alle lieb. Wenn ich euch so sehe, denk ich mir nur piep, piep, piep. Ich würd euch gern behalten. Komm, ich lad euch alle ein. Und meine Mama tut uns was ins Essen rein. Ich find euch eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Ich find euch eigentlich alle ganz okay. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD.